hallo hier ist martin von moneybank hier ist das die dachseranalyse für den montag die 25 10 2021 damit den letzten handelstag die letzte handelswoche im oktober nachdem wir im septembernricht ich sag mal rote monatskerze bekommen hatten die oktoberkerze bisher ganz gut aus konnte und daher ist die letzte woche jetzt schon auch auf höherer zeiteinheit entscheidend bleibt die nämlich so deutlich grün wie momentan würde sie eigentlich dem november dezember schon freifahrtschein nach oben raus geben dann das ist einfach so und von daher ist es sehr wichtig wie sich unser dachser verhält und er ist momentan recht vorsichtig halt traut sich nicht so richtig und hat hier nicht so richtig sein geländer zum festhalten weiß ich das sieht irgendwie wackelig und nicht so aus wie man sich das vorstellen würde wenn eine flagge bricht also insbesondere auf so dem niveau das ist immer mal wieder verkäufer mit drin die einfach dann wegtreten die das dann verkaufen die sagen nee hier drücke ich dann doch lieber nach einer position weg und so zuckt unser dachs halt immer immer wieder nach unten rein halt immer wieder nach unten zurück man hat das ganz deutlich gesehen dass er hier auch einfach probleme hatte drüber zu kommen also wenn wir es untergeordnet anschauen dann haben wir auf jeden fall ja oben raus den angriff gesehen da hatten wir drüber gesprochen dass er auch gute chancen eben hätte sich da nur raus zu versuchen rauszudrücken hier noch mal so eine zweite welle einfach oben rauszutreten in den in den bereich rein und dann eben die 5 95 zu machen die 6 70 die 87 und so weiter und davon hat er tatsächlich eine einzige markt abgearbeitet hat sich dann schon wieder schwer getan wir haben jetzt erst mal einen pullback fertig ja das heißt ja der markt ist ausgebrochen hat den ausbruch aus dem abwärtsrind aus der flagge bestätigt mit per pullback und sich wieder nach oben aufgedrückt für mein geschmack zu wenig nach oben aufgedrückt aber er hat sich wieder aufgedrückt sollte es ihm jetzt gelingen zum montag rauszutreiben neue hoch zu generieren dann wird er sich hier in eine neue trendbewegung reinbegeben die sich dann an der bewegungswelle orientiert das erinnert euch das haben wir schon am freitag besprochen ja dass die bewegungswelle dann durchaus ziele hätte eben bei im bereich um 6 70 eben hier so im bereich um 7 50 37 87 und selbst 9 40 900 oben werden dann eben wieder ziele die erreicht werden können wenn unser dachs jetzt hier oben kommt wenn ich das jetzt so sehe wie träge der hochgegangen ist kann es sein dass wir sogar einen schwachen montagschart kriegen und er zum montag noch mal probiert auf dem trend noch mal den pullback abzusetzen liegt leicht tiefer nur also 25 25 25 25 wenn er das macht und er kommt darauf zurück dann ist das erst mal noch nicht schlimm schlimm wird erst wenn er den bereich nicht halten kann und wieder in diese flagge zurück taucht weil dann wäre das ein fehlausbruch und ein fehlausbruch auf der dimension wird uns definitiv dann auf ein neues tief hier unten führen ja das heißt wenn unser dachs im bereich um 5 20 5 30 jetzt nicht halten kann zum montag und da drunter zurück kippt dann war es ein fehlausbruch oben ja und dann sollte man davon ausgehen dass als nächstes die 460 kommt und er dann auch noch mal probiert 4 15 400 zu kratzen das heißt noch nicht dass das dann auch klappt dass er unten raus geht aber heißt das probiert es dann erst mal ne er probiert dann dort einfach anzusetzen das heißt sehen wir unseren dachs zum montag eher schwächer und auch unter 5 20 unter 5 30 muss man davon ausgehen dass der sich bis dienstag hier noch mal eben reingrägt das wird er nicht gleich zum montag schaffen ne da wird er wahrscheinlich die ganze zeit sich mit der 460 dann beschäftigen und irgendwie zur seite schludern ne und dann zum dienstag eben hier noch mal draufstechen aber für für alle bullischen sind nachher und für die die wirklich überzeugt davon sind dass der dachs wieder zu 16.000 und so weiter geht sollte halt wirklich probieren die 5 20 5 30 jetzt zu verteidigen und am besten hier ein hohes neues hoch drüber zu setzen über 15.600 hat unser dachs einfach aus trendperspektive aus bewegungstendenz und so weiter vorteile nach oben das muss man so klar sagen das heißt liegt er über 15.600 startet er gut rein startet er kräftig rein zeigt dass diese unsicherheit vom freitag keine ahnung um was es gehen könnte auf irgendwas begründet war was man fürs wochenende erwartet hat was das nicht was dann nicht eingetreten ist kann unser dachs durchaus oberhalb von 15.600 dann wieder aufwärts trenddynamik aufnehmen das heißt oberhalb von 15.600 sollte man davon ausgehen dass in 6 70 erreicht man kann und so dieser bereich um 37 57 und den fände ich da jetzt ziemlich interessant da liegen relativ viele projektionsziele das wäre ganz nett von dort können auch noch mal deutlicher zurückkommen auch auf 600 nochmal zurücksetzen das vollkommen legitim und alles was höher geht geht dann eben richtung 780 900 und so weiter und wir gucken kurz auch noch ein tackes chart rein hier würde ich das jetzt so abschließen sollte der hier weiter gehen und weiter hoch treiben dann ist es einfach so dann sind wir aus dem abwärtstrend wieder raus und dann nimmt die chartlage wird positiv einfach sie wird positiver dann kriegen wir höhere hochs rein in dem moment wo das dann auch fällt man hier wohl über die 700 drüber geht und würde sich grundsätzlich nach oben dann den weg für eine richtig schöne jahresendrelle einfach aufmachen die zum die definitiv dann auch schon im start begonnen hätte halt definitiv das wäre dann schon die erste welle der jahresendrelle wenn er es schafft jetzt hier nach oben umzuklackern ja von daher sehr sehr wichtig für mich wird wichtig zum montag wo achte ich drauf ich dachte zum einen auf die markenbäuche achte auch ein bisschen auf das timing mir ist wichtig dass er insbesondere nachdem der xetra reingestartet ist das ist montag immer sehr wichtig wenn 9 9 oder xetra handel reinkommt gibt ihm so eine viertel bis halbe stunde dass der sich erstmal so ein bisschen auskasten kann und dann ist für mich wichtig wo geht die tendenz dann hin und wenn wir dann nach 39 nach 10 uhr in dax über 600 geliefert bekommen dann sollte man wirklich davon ausgehen dass der dann auch noch 6 70 schafft und auch noch ein 37 und 57 das ist einfach oft so zu beobachten dass wenn unser dax nach dem xetra start gefummelt und nervösen hin und her gespringen dann eine tendenz einnimmt zum montag dann auch gut noch was hinterher kommen kann na also dass das wäre auf jeden fall so dass ich sagen würde ich würde mir vielleicht sogar die ersten ersten eineinhalb stunden einfach nur angucken bis 9 30 10 uhr und dann eben gucken wo geht die tendenz sind ich könnte mir auch gut vorstellen dass wir hier vielleicht ein bisschen schwächer rein starten noch mal an der 5 30 5 20 probieren das ist natürlich eine schöne marke wenn wir dort also so eine typische punkt 9 uhr marke eigentlich der markt fällt brutal runter alle denken oh gott oh gott was passiert 9 uhr punkt 9 uhr steckt eine spitze auf die 5 20 ballert eine ganz lange grüne kasse nach oben und geht dann wieder in die 600 zurück auch sehr sehr typisch wird wird du gut zum dax passen das sind so kleine sachen da kann man darauf achten das kann man probieren mit zu handeln zu begleiten das sind so für mich die wichtigsten punkte also 5 20 5 30 als auch hier die 6 ja was ist es 6 10 neue hochs dann eben richtung 6 70 richtung 57 37 ja das sind das sind die beiden bereiche und wie gesagt sollte es sich ganz tolle schwach zeigen und auch unter der 5 30 5 20 verschwinden dann ist der fehlausbruch bestätigt ja das ist auch ganz wichtig und damit hat man die drei ich sag mal merkmale auf die man ein bisschen ach also eigentlich sind es ja nur zwei die zwei punkte an dem man ein bisschen auch umherkennen legen sollte und dann eigentlich eine schöne tendenz für den restlichen tag hat und hier eigentlich gut zurecht kommen sollte zum montag von daher würde ich das dabei belassen hoffe euch hilft das so dass ihr da euch ein paar punkte rauskratzen könnt und wünsche euch viel erfolg am montag kommt gut rein in die woche und wie gesagt muss nicht unbedingt gleich der erste sein der sich da die die finger schon verwuselt manchmal ist besser da erst so ein paar minuten ins land gehen zu lassen auch den xetra start einfach ein bisschen anzugucken nicht vorher schon die position drin zu haben um zu sagen ich weiß da eh wie der gleich startet das ist nämlich oft so dass der anders kommt dann als man das vor augen hat und genau ja ihr wisst ja was ich meine also in dem sinne wir machen jetzt zu viel erfolg guten wochen start und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss